Politik kann manchmal ein ganz schönes Durcheinander sein, eine Umfrage hier, eine Attacke dort, lautes Streiten wohin man schaut. Das war nie meins, da geht ja der Sinn verloren, das worum es eigentlich geht. Politik ist dazu da den richtigen Weg zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit am Ende alle etwas davon haben. Es klingt einfacher, als es ist. Der richtige Weg ist nicht immer der bequemste oder der einfachste. Da gibt es oft Widerstand und Gegenwind. Aber das Richtige zu tun ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, bei der du oft alleine bist. Was darauf ankommt, was du für ein Mensch bist. Kannst du zuhören? Kannst du verstehen? Glaubst du, du weißt selber alles besser? Oder vertraust du auch auf die Erfahrung anderer? Kennst du deine Verantwortung und bist du bereit, dein Bestes zu beten? Nicht nur für dich selber, sondern für alle, die auf dich bauen, die darauf vertrauen, dass du versuchst, das Richtige zu tun. Gerade wenn es schwierig wird, ist es diese Verantwortung, die dich antreibt. Österreich ist das schönste Land der Welt. Und seine Menschen haben das Beste verdient. Darum ist es Zeit, dass wir unser Land wieder zurück an die Spitze führen. Für uns alle. transcript됐et wird. urf臺. Untertitelung des ZDF, 2020